guten abend wieder bei einer weiteren folge von der trail rally heute haben wir doch endlich mal ein volles absolviere den joker früh in diesem rennen, deine startposition sollte dir die einfahrt in die jokerrunde erleichtern wir sind ja mit nullpunkten weit hinten, aber schauen wir mal was wir reisen können, wir sind sonnig, wir sind in engleischem rennen den platz kann ich mir schon gut machen, dass wir die jokerrunde ganz klein haben, ich finde wir sind ziemlich nah an den anderen leuten, die noch keine jokerrunde aktiviert haben wir haben auch keinen frühstatt hingelegt, ich lasse mir diesmal nicht zweifahren wissen Wir haben immer noch einen weiteren Katscha zu kommen, der vordermann hat diese runde der jokerrunde aktiviert und musste sich nicht mehr anliegen, wir sehen hier einen ganz kleinen Blitzgegel, das sieht ganz gut aus. Mal was der Vordergrund macht, und den wird durchbaut. Der Abstand ist noch viel leicht geblieben, wir haben jetzt zehn Wunden vor uns, und zum Zweite jetzt schon drei von zehn wieder aus dem Windrad. Wir können sehen, wie wir mal schauen, was passiert. Wir müssen auf jeden Fall nicht nach Mali-Joker runterfahren, höchstens wir bauen in den Nest, wir müssen dann durch die Tüche runterfahren. Wir müssen sehen, wie manche Leute, die man durch Tabellen hat, das über Angst zu nehmen, und die Verderben sind mit Spaß zum Glück, werden wieder durchfahrbar und durchsichtig. Dann hat man das definitiv gemacht, dass die Tücher die Tücher in der Nähe waren, und die Tücher in der Nähe sind. Untertitelung. BR 2018 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 Das habe ich jetzt gar nicht bei den ganzen Überrundungen tatsächlich organisiert, hatte ich mir anscheinend einen leichten Kick im Hintergrund, das war wohl nicht so gut für mich, aber es ist mir leid. Untertitelung. BR 2018 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 Also wir waren nicht die Schnellsten, wir haben gesehen, dass die Zeit abgelaufen ist. Wir haben 10 Sekunden Zeitstrafe für das Abkürzungen gekriegt, damit waren wir auf dem zweiten Platz bei uns in der Gruppe und in der ersten Gruppe waren tatsächlich die Fahrer satte 3 Sekunden schneller als wir, da ist dann dementsprechend Üben angesagt. Wir sind jetzt auf der sechsten Stelle, das würde bedeuten, dass wir wieder in der zweiten Gruppe fahren, wir müssen mal sehen, ob es natürlich auch so sein wird. Ach, das war schon das letzte Event, ob ich gar nicht mitkriege. Das war's für heute. Wir sind jetzt hier in der ersten Gruppe. Wir sind hier in der ersten Gruppe.